Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem neuen Videoprojekt. Heute spielen wir das Spiel Gatic Phone zusammen mit den beiden Jungs von Akadari, Aka, Sven und Yannick. Ja, aber dieses Spiel ist so ähnlich wie Scribble, wenn man es mit stille Post halt noch kombiniert, schreibt sich ein Begriff auf oder in einem anderen Modus, man malt ein Bild und da muss man erraten, was diese Person gemeint hat. Also das kriegt dann ein anderer geschickt und dann ein darauffolgende das nochmal entweder bemalen oder beschriften und am Ende muss man dann gucken, wer hat was geschickt, hat man das erkannt, ist das durchgekommen und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video, ich habe mehrere Videos hierzu, wenn ihr mehr dazu haben wollt, dann sagt mir Bescheid. Ich sehe es ja an den Daumen hoch, wie sehr ihr das wollt. Ich habe schon als Idee, was ich euch jetzt da zum Zeichnen gebe, aber ich frage mich, ob ihr das in der Zeit hinbekommt. Oh oh. Warte, ich tippe das hier oben vor, vielleicht kann ich es ja copypasten. Okay. Ähm, dann machen wir weiter. Man kann ja so dazu kommen, dass es wieder gehen sollte. Mal gucken, kann man es copypasten? Man kann es copypasten! Ihr könnt es vorschreiben! Ich bin schon fertig! Falls du das Shiny bekommen soll, tut es mir leid. Mir ist es auch leid. Warum? Alter! Oh mein Gott! Warte! Oh Gott! Wie sieht denn normal eine P90 aus? Äh, warte. Kann ich nicht laut reden. Das wollte ich sagen. So, dann. Hä? Äh, wieso soll man das zeichnen? Ich habe eine Idee, wie ich meinen zeichne. Du beleifert. Ich habe jedes Mal vergriffen, das korrekt zu entschuldigen. Mit Feilweizern. Weil es jedes Mal passt. Boah, wie soll ich das da verzeichnen? Das weiß ich schon mal. Aber, hä? Hä? Hat das schon wieder... Hat das schon wieder Kackies? Darf man auch hier Sprechblasen machen? Habe ich halt eben die ganze Zeit gemacht. Äh, solange du nicht quasi spoilerst, du kannst so'n Hinweis da quasi machen, aber... Halt nicht das, was da oben steht, in der Sprechblasen einfach. Ich hoffe, ich habe das gut getroffen. Ne. So. Ah, was ist das Kackies, ey? Ey, das ist so schwierig. Feind, ey. Sorry. Oh Mann. Komm, muss ich jetzt viel ausmalen. Gibt es irgendwie so'n... Ja, da fahre ich einmal da. Ah, okay. Na, mach ich später. Oh Gott, was ist das jetzt? Das kann beides sein, ey. Ich hab' mein Bild, glaub' ich, verkackt. Ich glaub', ich hab' mein Bild verkackt. Ich wusste auch gar nicht, wie ich das wirklich zeichnen soll, um ehrlich zu sein. Nein, bitte nicht, ich bin doch nicht fertig. Ja, besser wird's nicht mehr. Moment, ich muss noch einmalen, oh mein Gott. Jetzt hab' ich jedes Gewehr aus, wenn ich aus dem Gedächtnis kann. Warte, was? Vor allem, wo ich kaum Shooter spiel. Oh, ich hatte halt Scheinig eins. Schneller ging's nicht. Okay. Okay. Äh. Nur zwei haben wir fast das gleiche Thema genommen. Ja. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich kenn das nicht. Alter, das passt immer noch. Okay, zwei, zwei. Ich kann mir mal was Allgemeines nehmen. Mann, ich weiß nicht, wie das, ähm, bei dem ist. So, das ist doch hier zusammen, oder? Ich kenn' nicht von jedem den Hintergrund. Oh, was zieht denn mal aus? Da ist einer auch fertig, okay. Denkstatt's geschafft. Denkstatt, zwei, also zehn Sekunden. Ihr fragt mich, wie gut ihr mein Ding gezeichnet habt. Super. Und auch einer hat es überhaupt bekommen, der das nicht versteht. Okay, war ganz schlimm, ich hab' so verkackt. Goodie, ready? Also von Yannick. So, mein Thema. Der ist nicht, der gut ist, der damit. Geil, mal gucken, was Fadi draus gemacht hat. Oha! Jaaaaaaah! Ich hab' richtig gerotten! Mit der Angst! Ich hatte hier auch noch irgendwas mit Mirko und Inselprobleme, das hab' ich überhaupt nicht verstanden, kenn' ich gar nicht. Könnt ihr bitte was Allgemeines nehmen, wenn ihr was untereinander nehmt? Also so Insider, das kann ich doch gar nicht verstehen! Hahaha! Hahaha! Den Linken muss sich innerhalb von zehn Sekunden malen, das war voll stressig. Hahaha! Die wollen die Träne malen, aber die Träne ist mir nicht hinterlegen gegangen. Oh! Ich hab' irgendwelche Begriffe aufgeschrieben. Ich hab' mir irgendwelche Begriffe aufgeschrieben. Hahaha! Ich hab' den Mut vergessen. So, gucken wir mal mit Kleidings. Ja, aber das Schinning. Hahaha! Das Schinning kann mich auch nicht aussprechen. Ahhh! Ja, Svenny! Du kannst es auch einfach einfärben. Ja, wusste ich ja noch nicht. Auch gut! Hahaha! Ich hab' den Mut vergessen. Ich hab' den Mut vergessen. Hahaha! Hahaha! Also, ja. Nein! Das Meme ist halt, dass Dave mich immer zu Unrecht rausvotet. Hahaha! Oh! Oh nein! Hahaha! Meine Zeichnung! P90! Ah! Alter! Ja, das ist halt eher Mongas. Äh... Hahaha! Drei von vier ist aber auch gut, Leute! Ich... Ich wusste nicht, wie ich das zeichnen soll! Hahaha! Ich wusste ja nicht, dass es ein P90 sein sollte! Ich hab... Ja, ich weiß ja auch aus... Ich weiß ja auch aus... Ich weiß ja auch aus wie man eine P90 zeichnen! Nee! Ich hab halt einfach gesagt, ich hoffe wahrscheinlich, der bekommt das nicht! Boah! Der sah auch aus wie er aus dem Mondrasse! Ich dachte, das muss am Mondrasse sein! Ja, es hieß, ähm, äh, hier P90 Ventrush! Da dachte ich, äh, der kommt bei einem Mondrasse, äh, aus dem Vent raus und hat auf einmal eine P90 in der Hand! Hahaha! So, Leute! Have fun! Jetzt muss man... Äh, äh... Ah! Zeichne deine Szene! Ich hab mir dann überlegt, das ist jetzt belastend! Hahaha! Scheine! Ich schreib sogar um und weiß nicht was! Mhm! 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 Oh Gott, ey! Mhm! Mhm! Nee, 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 nee! Das ist doof! Das ist doof! Das ist doof! Das ist doof! Das muss größer! Das muss größer! Oh, man! Da hat das wieder... Sooo! Ja, schon müsste es klar sein eigentlich! Ja! Sooo! Jetzt hab ich einen Fehler gemacht, aber ist okay! Äh, soo! Sooo! Nee! Oh, man! Ich... Okay, ich kann dich normal korrigieren! Ich hab zumindest Zeit! Oh, scheiße! Das fällt echt schwierig! Nein! Ich wollte nicht färben! Ich will eine Wolke zeichnen! Oh, das sieht aus wie ein Horrorfilm! Nein! Das ist scheiße! Muss ich tun! Aaaaah! So, die beiden färben wir noch! Und färben wir! Ja, Schnauze! Hahaha! Boah! Habt ihr viel weniger Zeit als ich? Nein! Ja, scheinlich! Ich hab alle weniger Zeit als du! Ja, ich hab noch so'n Viertel Pizza! Oh! Ich hab das wenig Zeit! Das ist wenig Zeit! Oh mein Gott! Was? Nein, falsch rum! Egal! Die Fellfunktion funktioniert irgendwie nicht so ganz, ne? Also... Oh Gott! Es tut mir leid! Äh... Äh... Okay! Okay! Damit alle dasselbe Bild jetzt für uns? Wer hat... Hä? Wer von euch kann so gut Kreise malen, holy shit? Okay, ich wissen nicht! Ich auch nicht! Hä? Ähm... Hat jemand mein Bild? Ja! Hahaha! Äh... Was ist das?! Ich weiß nicht, was du vor dir hast! Ich glaub, Sven hat meins! Ich hab Sven's! Glaube ich! Nein, vertippeln! Sven, du wirst enttäuscht sein, glaube ich! Ich weiß gar nicht! Ich seh da irgendwie so'n paar Sachen! Hä? Es ist halt zu zeichnen, oh nein! Ich hab vergessen zu tippeln! Oh ne! Wow, Sven's! Sven ist kaputt, komm mal! Hoffentlich krieg ich das hin! Was das Ziel war, weiß ich nicht! War eigentlich voll gut! War eigentlich voll gut! War eigentlich voll gut hier! Ich bin's! Das sieht echt falsch aus! Das sieht echt falsch aus! Alter, von... Äh... Kann ich sehr gut da halten! Ne, das ist falsch! Machen wir noch ein bisschen mehr? Ich mach' jetzt den Kurzweilbisschen fertig! Nein, ich würd' nicht schon wieder färben! Mensch! So! Wo ist der Ratze vom Nullart? Oh Gott, viel... Nein, viel... Nein, viel... Nein, viel... Die muss doch viel kleiner sein! Ich glaub' ich mach' das ganz... Ich glaub' meins kommt nicht so an, wie es mir vorgestellt hat! Ah, nee! Oh, scheiße! Jetzt hab ich die Seite vertauscht! Ah, zurück, zurück, zurück! Ich glaub' so war das, glaub' ich... Ach, ich weh' nicht färben! So... Ähm... Reicht das? Das Gute ist... Oh, nee! Ich bin zu blöd! Das reicht! Ähm... Ähm... Und mir geht die Zeit davon! Aaaaah! Nein, machen wir uns das einfach, Leute! Machen wir uns das einfach! Ähm... Die sind nämlich... Die sind... Ja, die passen da gar nicht rein! Ähm... Ja, ist gut! Zeit ist gut! Ach! Fertig! Zeit ist gut! Ach! Fertig! Komm, ich will die an das eine Auge noch hinbekommen! Ja! Das Vieh komplett verkackt, aber... Ja! Geil! Ich hatte kein Zeige zum Ausmalen! Mein bestes Werk bist du... Mein vorheriges war besser! Okay! Hilfe! Warte! Das ist leicht! Das ist leicht! Das ist leicht! Das hat auf jeden Fall Yannick gezeichnet! Boah! Dankeschön! Kriegst du mal an einem Lob! Tut mir leid, wenn es nicht so ist! Äh... Das ist so einfach! Das muss das sein! Äh... Ich hoffe, das ist es! Wollen wir die Arme abgeschnitten? Und wer malt diese krassen Kreise? Hä? Wie macht ihr das? Oder macht ihr das einfach ganz fett und macht dann... Ich glaube, ich sehe das fertig an! Ich mach Kreise! Ähm... Also, ich hab versucht, ein Pikmin Bild zu zeichnen! Ich hab mich fertig geschrieben... Ich wusste nicht, was es ist! Okay! Hab ich mich mal gespannt! Ich hab jetzt auch einen Insider gemacht! So! Alright! Alright! Ich kann's ja mal anfangen erklären! Mein... Warte! Mein Bild war das hier! Was war das?! Was war das hier?! Ich... Ich hab... Keine Ahnung! Es wird doch zu spät, weil ich teig bin! Aber du hast so lang gebraut... Aber ich hab für dich so lang gebraut, dass niemand von uns mehr hingekriegt! Du hast diese... Diese wütende Zeichen! Ich dachte nur so... Du musst, glaube ich, mehr Zeit machen! Was will ich sagen?! Wir haben echt zu wenig Zeit für die Bilder! Aber das ist doch spannend so! Was... Aber das ist doch spannend so! Ich hätte gar nichts eingefragen! Nee! Wow! Wie geht's denn weiter? Das soll ein Pikmin-Bild sein! Das hab ich grad eben bekommen! Ich hab keine Ahnung was ich schreiben sollte! Das ist Pikmin! Ich hab... Achso... Scheinten du hattest jetzt einfach ein leeres Feld gehabt und deswegen hast du jetzt Pikmin gemalt oder...? Ja! Wie war das bei dir? Ich hab Pikmin gemalt! Aber ich... Ich habe halt... Bei meinen Papen jetzt deutlich mehr Zeit! Boah! Boah! Das ist... Das ist kein Among Us-Spread! Ich denke du hast, glaube ich, auch mein zweites Spiel bekommen! Okay! 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 Was war dein Thema? Der hier ist Sprung! Also... Und dann hab ich gut getroffen! Okay! Ich hab von der Höhe ja geraten! Boah! Hat das eine nachgezeichnet? Ja! Fight war ja danach dran! Der hatte ja deinen Begriff dann und Fight hat dann das dazu gemacht! Wie hast du das hier? Also ich hatte ein leeres Bild! Come on easy! Come on easy! Ich hatte wirklich ein leeres Ding! Wie das ist ein leeres Ding? Ich hatte beim zweiten leer! Ich konnte nicht was hinzufügen! Ja weil Sven verkackt hat! Weil Sven nix eingetippt hat! So als hättest du Svens Begriff bekommen! Sorry! Wenn aber nix eingegeben hat, hattest du leer! Okay! Shiny? Was war dein Thema? Das äh... Ich wollte einfach nur Leute die sich begrüßen malen! Ah ok! Zwei Leute die begrüßen sich! Come on! Ich sag ja! Das erste Bild hab ich deutlich besser hinbekommen! Ja? Jaaa... Warum ist einer so fett? Warum nicht? Das ist Dave! Warum nicht? Oh nochmal ein Fragezeichen! Fragezeichen! Schwen, keine Sorgen! Die begrüßen sich! Come on! Come on! Oh nein! Das gefällt nicht! Okay! Ich hab versucht ein Pikachu zu machen! Jaaa! Okay! Was war das? Was war das Thema? Pikachu wird gefangen? Oder? Mh... Wird eigentlich entsendet, aber... Ich sag doch! Janik! Ich hab doch ein bisschen anders gedacht! Ich hab doch ein bisschen anders gedacht! Ich dachte Pikachu ist wieder aus dem Pokémon rausgekommen! Ich dachte wir will nicht rein! Ich bin nicht gefangen! Sven hat ja auch mal was dazu gezeichnet! Ey! Und ich aber halt... Ja, ey! Ist gut! Find ich gut! Ist ja echt nicht gut! Ist ja auch nicht schlecht! Ich dachte das wäre von Sven! Ich dachte 100% wäre von Sven gewesen! Ich dachte auch an Hasse Elektro... Sven, wann krieg ich jetzt die Schwänze weiß halt? Pokémon, aber ich hab's allgemein gemacht! Magst du nicht gerne Elektro-Pokémon? Äh... Schwänze weiß halt... Elektro-Pokémon? Echt? Also magst du Pikachu nicht? Ja! Luxra! Nicht mehr! Kann ich... Ist cool, aber ich mag's nicht mehr! Klar!